liebe freunde herzlich willkommen zurück hier zu aliens feiert ihm elit so letzte mission vom dlc todesstoß oder todesstoß schaffes essen können aber das ist wahrscheinlich scheiße ausgesehen weil sie wahrscheinlich die das nicht zusammenpasst mit der schriftart hier was würde ich sagen ja mit letzten missionen hat auch noch eine karte aktivierten kollege hier leben damit spielt 35 prozent mehr schaden ist natürlich nicht schlecht gute karte kann auch gebrauchen ja und dann geht es mal rein laden dauert wie immer so ein bisschen ich hoffe alle sind gleich noch dabei wenn ich auch drin bin und dann bin ich mal gespannt wie die mission so wird nicht gespielt und dann ist das let's play auch erst mal wieder pausiert ich weiß ja nicht ob da noch weitere jetzt kommen werden wenn es gut ankommt dann wahrscheinlich schon für mich über mehr karten freuen und es gibt ja noch zwei drei neue spielmodi die könnte ich auch noch ein bisschen ausprobieren so jetzt geht der laden auf jeden fall ein bisschen weiter so da kommen die da kommen die ersten so es kommt ja rafis der wurde eigentlich schön ein screenshot machen klappt aber nicht dann halte ich ohne hat ein feuerturm auch nicht schlecht so das geschützt bauen wir wieder ab wir müssen noch mal hier so aber so die auch so das das was das so das 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 ab die Ah! Können wir denn mit? So, wo geht er in? Tua! Wollen wir die Phase nicht durchgehen? Wo hier vielleicht her? Kommen wir auch nicht durch. Wollen wir jetzt? Ok. Können wir die Können wir hier stehen? Pachy, Signal! Potential Stalker! Wer braucht gear? Ich glaube, hier ist durch, oder? Oh, mein Gott. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ich hoffe, ich flieg gleich mal in der Motionskiste. Ich hoffe, ich schau. Frage ist jetzt, von wo kommen die meisten? Hier kommen wir noch eins draufstellen. Oh, böse! Well, that's not fucking ominous! Warum wackelt das hier so? Ich komme sie von da! Ja! Ne, am I down? Was nützliches noch? Na los! Und ballern, ballern, ballern! Und bis wir jetzt abhauen? Das war scheinbar nicht das Ende! Okay! Okay! Die Entrie ist bereit zu gehen! Die Entriebe! 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 Ich glaube, wir müssen die Treppe hoch. Ich weiß nicht, was uns hier unten erwarten würde. Okay, nichts. Okay, wir müssen die Treppe hoch. 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 Okay, Santos has been watching my feet on Endeavor. He's not the only one. If Mark's doing a commentary on your gear fit, it sounds like he approves. So, weiter geht's. Ah, nee, kommen noch welche. Hat der jetzt mal ein Tool mitgenommen? Watch the tunnels ahead! End to the point. Was ist das? Die Position ist gleich niedrig, so ist scheiße. Dann halt so. Was ist Milena? Ich hoffe nicht auf die Emulsion. Ich hoffe nicht auf die Emulsion. Ich hoffe nicht auf die Emulsion. So. 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 auch noch irgendwas großes kommt von der oma Wow! Los jetzt! So, geschafft, oder? Oh, da gibt's ja auch ein Filmchen für. Das hab ich auch noch keine Mission. Filmchen am Ende? So, was haben wir noch? Ich hab irgendeine Waffe gefunden. Plasma-Entlader. Ja, können wir mal zum Ast zurück. Danke, Leute, für's mitspielen. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Ich bin raus. Tschüss. 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 Tschüss.